Nein, ich wurde auch tot gekostet. Tja. Oh. Continue. Ja. Marco. Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Von hinten und von vorne. Warum helfen uns diese Soldaten nicht? Keine Ahnung. Ich meine, von hinten kommen Zombies und die laufen einfach in uns rein, töten uns, dann werden sie von Zombies getötet. Und da sind Hubschrauber. Ah, jetzt kann ich auch nach oben. Kann man da auch Granaten hochwerfen? Nee. Oh. Ah, die schmeißt ja auch noch was runter. Aber ich hab da eine Geheimwaffe. Du hast den Hubschrauber runtergekotzt. Ich liebe dieses Spiel irgendwie. Zombie. Achso, jetzt hab ich das eingesammelt. Nein, egal. Uah. Nein. Ich, äh, shit. Oh, da hat eine Minigun. Ich will die haben. Wo? Ja, der Typ da hinten. Achso. Ich bin tot. Ich will Zombie werden. Medikid. Du, man. Jetzt bist du wieder ein Mensch. Ja. Achso, continue. Ich vergesse das immer. Ja. Heavy Machine Gun. Was? Flame. Was? Flame irgendwas. Flameshot oder so. Achso. Ah. Was war das denn? Bam. Ey, warum ich jetzt tot? Was ist hier? Guck mal, hier ist Iceman. Kann man hier. Aha. 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 Hä? Wo bin ich? Ach da. Oh, das sind's. Wir müssen sie befreien. Du hast sie aufgewärmt. Ja. Ein Kühlschrank. Ein Kühlschrank. Ein und schießender Kühlschrank. Ich bin ein Schneemann. Yeti. Hinter uns. Das ist ein komischer Yeti. Hilfe. Ja, töte. Da oben ist auch noch einer. Warum sie... Warum... Oh. Ach, wir können die von da oben auch freischießen. Übrigens. Achso, ich dachte wir würden da oben irgendwie noch hinkommen. Dachte ich auch, aber... Flüssgranaten. Ja. Woah. Shit. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Weg, weg, weg. Nein. Doofe zielsuchende Schneebälle. Kann man sich da irgendwie wieder befreien? Ja, links und rechts. Ah, ah, okay. Ha. Oh. Nein. Du hast keine Chance. Und tot. Und tot. Da liegt was, da liegt was, da liegt was. Ich will es haben. Heavy Machine Gun. Verrecke. Nein, 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 nein. Wie lustig das einfach aussieht. Gut, dass man hier irgendwie unendlich Leben hat. Ja. Ja. Yeti. Das ist wieder ein Schieß in der Kühlschrank. Was? Ich schieße Autos. Was schießt du? Ich schieße Autos. Was schießt du? Ich schieße Autos. Das sind keine Autos, das sind... Was ist denn das? Ich schieße Autos. Was? Das sieht aus wie kleine Mäuse, die auf... irgendwie... Hey, das ist eng. Ja, die, die haben Gesichter. Wow. Nein, nicht töten, nicht töten. Nicht töten. Hilfe. Oh, es waren zwei. Ja, da sind nochmal zwei. Nein. Wir wissen nicht immer wieder. Wer da oben ist fies. Oh. Ich habe mich gerade gerettet vor diesem Eis. Vorsicht. Es fliegt im Kreis. Ja. Was ist das denn? Du musst immer... Ah. Nein. Oh nein. Scheiße, das sind einfach zu viele. Ah, fress Granaten und... Oh Gott. Drei Eisdinger. Du hast einfach keine Chance. Okay, den einen habe ich gekillt. Ja. Ah. Ich versuche da immer drüber zu springen, aber irgendwie... Ich schaffe es nicht. Oh nein, nein. Ah. Das sieht so fühlt sich aus. Ich mache hier schon mal Sachen kaputt. Oh. In der Zeit bist du gleich mal Schneemann. Oh. Die Wackelköpfe. Kaputt machen, was auch immer es ist. Thank you. Thank you. Extra life. Extra life. Hat irgendwie irgendwie... Wieso ist dann... Wir können da rein. Hä? Hä? Halt. Ich kann ihn reiten. Und er kann schießen. Was ist denn das? Und jetzt sind die Zombies wieder da. Oben auch. Ih, die kotzen durch. Der Elephant ist tot. Jetzt musst du ihn reiten. Ja. Ich brech einfach mal kurz. Geil. Schirrt an meiner Kotze. Ist auf jeden Fall realistisch, dass hier... ...ein Elefant im Eis eingefroren ist. Das ist ein Mammut. Das ist Manni, das mürrische Mammut. Ja, genau. Und wenn man es aufgetaut hat, dann lebt es natürlich und hat Laser... ...Kanonen. Ja. Ist voll logisch. Ich wills reiten wieder. Ja, ich glaub jetzt bist du wieder dran. Bring auf. Ah, Zombies. 100.000 Points. Ich bin tot? Ich auch. Errungenschaft. Ne, ich bin doch nicht ganz tot. Man kann nicht ganz tot sein, oder? Ne, ich wollt grad sagen, ich wollte als Zombie jetzt den Elefanten reiten, aber... Oh. Ich konnte nämlich nicht jetzt auskotzen. Kotzen! Wo bin ich? Achso. Du bist tot. Jetzt müsstest du ihn wieder reiten können, wenn du da... Ja. Und ich bin tot. Nein! Shit, sie haben meinen Kotzen unterbrochen. Da kotze ich halt eben mal. Sie sind mir zuvor gekommen. Was ist denn F? Keine Ahnung. Irgendwie ist das immer nur Punkte, oder? Kann auch sein. Die haben noch einen anderen Namen. Oder unterschiedliche Punkte anzahlen, oder irgendwie so. Das kann auch sein. Wird auf uns voll zu brechen. Kann da nicht drauf. Warte mal, wir müssen den Elefanten hier behalten. Wir dürfen den nicht aus dem Bildschirm gehen lassen. Irgendwann von uns muss sterben. Opfer dich mal. Holt mich ihr Scheine. Oh scheiße. Das war blöd. Das war allerdings blöd. Können wir den jetzt nicht mehr mitnehmen? Jetzt müssen wir ihn zurücklassen. Nein! Elefant! Bleib hier! Er bleibt nicht hier. Komm mit! Tja. Bödes Vieh. Guck mal hier ist schon wieder so ein... Oh. So ein Eis-Ding. Ist da vielleicht noch ein Elefant drunter? Hm. Nö. Irgendwie nicht. Aber ich bin schneller als du. Ich schlafe auch. Du bist auch tot. Aber ich bin ganz schön lange schon tot. Irgendwie ist das gerade unrealistisch. Wir sind in diese Höhle reingegangen. Dann waren wir da im Eis. Jetzt gehen wir wieder raus und sind irgendwo ganz anders. Ja, wir sind jetzt im Wald. Ja. Hä? Wir waren glaube ich ganz schön lange in dieser Höhle. In der Zwischenzeit ist draußen ein Wald gewachsen. Oh shit, die springen dich an. Was ist denn das? Echt jetzt? Oh Gott. Ja, ungefähr so. Wie gerade eben. Ja, wie lange waren wir da drin? 100 Jahre. Vielleicht. Wie lustig ist das, wie ich das einmal... Ich kann nicht mehr kotzen, wenn ich... Oh, ich bin tot. Äh, ich hab... Da muss ich ducken, um die zu treffen. Kann mich nicht ducken. Kannst du nicht? Ich bin ein Zombie. Du kannst dich auf den Boden fallen lassen. Ja. Was ist das für ein Gerät da? Da ist ein Wachturm. Oh, hier ist ein Meteorit. Untote Wissenschaftler. Oh. Ich hab Angst. Irgendwas passiert. Aliens! E.T. 1, 2, 3, 4 und 5 und 6. Und die drehen sich im Kreis. Und die sind böse, glaube ich. Und sie machen ganz schön doll Schaden. Ja. Irgendwie... Man ist immer sofort tot. Aber dafür hat man quasi ja unendlich Leben. Ja. Ja. Fress Granaten. Ich will jetzt gern wieder Zombie. Ich hab keine Granaten mehr. Du hast noch Granaten. Oh, ja. Ich bin tot. Ich hab grad nicht gesehen, wo ich war. Sie haben bunte Lichter auf jeden Fall. Heavy Machine Gun. Ja. Ach, shit. Haben die auch irgendwie eine Lebensanzeige oder so? Ne, aber sie werden schneller. Ja, ich seh's. Jetzt sind es nur noch zwei. Ein paar sind tot. Hört auf. Irgendwas zu schießen. Nein! Es ist nur noch einer. Oh. Er ist voll dick. Wie man auch nach oben schießt. Man guckt gar nicht hin, sondern... Man schießt einfach. Ja, man schießt einfach. Oh, fuck. Heavy Machine Gun. Sie stirbt. Ach so, ich bin gar nicht da. Ne, du warst tot. Wie soll man denn dem ausweichen? Er ist wieder in seinem Meteorit zurück. Können wir jetzt auf den Meteoriten reiten? Oh Gott. Was? Sie werfen 10 Gebote. Sie werfen Steine auf uns. Ah, wir können schießen. Ja. Irgendwie, ja. Das sind die 100 Gebote. Es wird schneller. Ah. Warum geht der immer auf mich? Wow. Ich will nicht sterben. Nein. Du sollst deine Feinde lieben. Ja. Ah. Kommt der denn hier? Gib mir irgendwas. Heavy Machine Gun. Ouch. Das war schlau. Ja. Nein, ich bin schon wieder tot. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Also eine Lebensanzeige. Wow. Eine Lebensanzeige für das Ding wäre immer ganz gut. Es wäre hilfreich, ja. Heavy Machine Gun. Aber ich glaube, du merkst, je schneller es wird, bis... Oh. Ja. Ich bin in so einem Ding drin, ich komme nicht mehr raus. Hüffe. Du kannst dagegen schießen, denn verschwinden die. Oder gehen schneller weg. Ja, stimmt. Oh. Abdachloser. Gib mir irgendwas. Ah, lass mich hier durch. Oh Gott. Oh. Ouch. Ich will nicht wissen, wie oft wir sterben am Ende. Quatsch. Wir sterben doch nicht. Oh. Oh. Nein. Es ist tot. Es ist... Oder es passiert gleich noch irgendwas. Ich glaube, wir haben es umgebracht. Ich habe eine Kaugummi-Blase gehabt. Kein Prisoner. Verstehe ich nicht. Verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Mission complete. Egal. Er trinkt erstmal Schnaps. Ich nehme erstmal einen Schluck. Und rauch. Oh, idyllisch. Ja, sehr schön. Was? Wir gehen tauchen. Äh... Ja. Mission 3. Mission 3. Start. Blub, blub, blub. Wie lustig. Unsere Waffen funktionieren aber unter Wasser. Komisch. Oh. Was ist das denn? Hier sind auch Obdachlose unter Wasser. Da. Wir müssen ihn befreien. Gib mir irgendwas. Ich habe Verfolgungsraketen. Das ist cool. Keine Ahnung, was ich hier habe, aber... Gib mir irgendwas. Nein. Ich komme... Ich komme nicht ran. Torpedos! Ja. Wo kommen die Torpedos? Können wir das... Wir haben Harpun. Ich nicht. Also doch. Wenn du den Typen da ganz... Vom Nahkampf... Weißt du? Ach so. Eine Gabel. Das sieht aus wie eine Gabel. Können wir das Teil hier kaputt machen? Oh ja. Pass auf. Ich habe eine Nahkampfgabel. Vorsicht. Da kommt... Habe ich gesehen. Irgendwas runter. Ein U... Ein... Ein Ü-Boot. Das sind ganz schön kleine U-Boote. Wo bin ich? Ach so. Ich bin... Ich gucke die ganze Zeit auf dich. Panzer! Wieso kommen da Panzer runter? Nein! Nein! Und da sind irgendwie Minen und... Ach so. Die kommen da... Die verfolgen einen. Wo bin ich denn da? Die kommen aus den Panzern raus. Da müssen die kaputten Panzer zerstören. Oh, es gibt mir irgendwas. Gib mir eine Hose. Gib mir auch irgendwas. Er ist ganz schön blau. Frissgranaten! Moment, was hat man denn hier statt Granaten? Das ist irgendwas anderes. Oh. Ich habe es noch nicht gesehen eben. Wir haben... Ich habe gar keine. Doch, man... Man schmeißt so komische kleine Dinger. Tellermine oder sowas? Ja, irgendwie sowas. Was ist das denn? Ach so. Wo kommt das denn bitte? Wo kommt denn Hilfe? Nein! Nein! Okay. Warum kommen da immer irgendwelche riesigen Dinger runtergefallen? Oh, hier sind größere U-Boote. Da passen auch wenigstens mal realistische Leute rein. Ja. Also vielleicht einer. Im Sitzen. Was schießt der denn da für Bälle? Autsch. Feuerbälle. Das ist doch logisch unter Wasser. Ja! Die... Die bleiben einfach unter dir stehen. Oder über dir und dann fliegen sie die runter. Oder hoch. Da sitzt immer eine Person drin. Oh! Oh! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot.